Wenn wir als Mann und Hummel auf die jüngste Vergangenheit gucken, ist die geprägt von verschiedenen Änderungen. Zum einmal haben wir das Thema, dass wir natürlich weiterhin in globalisierenden Prozessen einfach unterwegs sind. Das bedeutet Supply Chain, Ausweitung Kundenwanderung auf verschiedene Märkte. In den wirklich naheliegendsten Epochen, die wir jetzt gesehen haben, beschäftigt uns natürlich die Umstellung von Antriebssystemen sehr stark. Das bedeutet weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität, batterieelektrisch, aber auch mit Blick auf das Thema Wasserstoff. Wir haben natürlich auch immer wieder den Blick der Synthetic Fuels im Auge. Als Mann und Hummel haben wir unsere gesamte Angebotspalette in Richtung der Kundenlandschaft massiv überarbeitet. Das geht aber auch mit einer inneren Transformation einher. Wir waren früher der Anbieter von Produkten, die in die Automobilindustrie geliefert worden sind und so haben wir uns heutzutage gewandelt in einen Lösungsanbieter für saubere Mobilität. Neben dem Thema saubere Mobilität haben wir links und rechts in dem gegründeten Bereich Life Sciences und Environment zwei zusätzliche Themen angedockt, saubere Wasser und saubere Luft. Somit sind wir als Mann und Hummel jetzt in der Lage, für unsere Kunden einen Dreiklang aus sauberer Mobilität, sauberem Wasser und sauberer Luft anzubieten. Saubere Luft und sauberes Wasser sind aus unserer Sicht Menschenrechte, die in starker Gefährdung stehen. Heutzutage haben die überwiegenden Anteile der Bevölkerung, der Weltbevölkerung nicht mehr den Zugang zur sauberen Luft und zu sauberem Wasser und hier bedarf es Lösungen, damit wir sauber in die Zukunft leben können. Als Mann und Hummel halten wir sehr stark auch an unseren alten Prozessen fest und gucken sie uns aber kontinuierlich an und überarbeiten sie. Das ist für den klassischen Bereich, den wir normalerweise im Bereich B2B bedienen. Auf der anderen Seite sieht es so aus, dass die neuen Geschäftsfelder auch andere Herangehensweisen notwendig machen. Wir bedienen nicht nur ausschließlich den geschäftlichen Endkunden, sondern wir verkaufen auch in die Richtung B2C, aber auch in das Thema B2G rein. So haben wir eine wesentlich breitere Kundenpalette, die wir bedienen müssen, aber auch die Vertriebskanäle unterscheiden sich heute grundsätzlich von denen, die wir aus dem traditionellen Geschäftsbereich gewöhnt sind. Nicht mehr das einzelne One-on-One mit einem geschäftlichen Endkunden, aber gerade die Governmental-Businesses haben auf der einen Seite natürlich die persönlichen Kontakte, auf der anderen Seite sind wir sehr stark im offiziellen Ausschreibungswesen unterwegs und darüber hinaus, wenn wir zum Beispiel auf antivirale Luftreiniger gucken, wird dieser Markt sehr stark auch von Endkunden dominiert und auf der anderen Seite wollen diese Kunden entweder den direkt persönlichen Zugang oder einen Zugang über Distributoren und darüber hinaus auch das Thema E-Commerce. Vor einigen Jahren haben wir als Mann und Hummel uns entschieden, das Thema Außenluftoptimierung und Außenluftqualität in einer etwas anderen Form darzustellen. Wir haben aus unserer Sicht ein Inner Company Startup gegründet. Das bedeutet, eine Gruppe an Personen wurde rausgelöst aus dem Alltag und zur Seite gestellt und sie hatten den Fokus und die Aufgabe und die Ressourcen und die Kapazitäten, sich ausschließlich singulär mit einem Thema zu beschäftigen. Ein wichtiges Thema wie die Außenluftqualität wurde nicht als Nebenthema mit 20 Prozent der Kapazität bearbeitet, sondern volle Konzentration auf das Thema kurzfristiges Erreichen von Zielen. Was wir in diesem Zusammenhang mal rausprobiert haben, waren zum einen natürlich neue Teamformationen und neue Teamstrukturen und darüber hinaus parallel noch neue Arbeitsmethoden. Wir haben uns sehr stark mit den Themen wie Design Thinking oder der Implementierung von Scrum beschäftigt. Darüber hinaus haben wir mit verschiedenen Software-Tools interagiert und zum Beispiel entweder Trello oder Jira verwendet. Das Ganze war eine Art Findungsphase und so haben wir natürlich dann hinterher auch geschaut, was verwenden wir, ist es gut, ist es nicht, führt es uns zum Ziel und so haben wir auch über eine gewisse Lernkurve direkt einige Methoden oder Tools wieder aussortiert. Wenn wir auf den klassischen Bereich gucken oder auch auf neue Bereiche, ist eines unmittelbar sehr, sehr wichtig. Alles, was in dem klassischen Bereich gemacht worden ist, ist gut und hat dazu geführt, dass wir in der Lage waren, über 80 Jahre zu wachsen. Wir sehen aber, dass sich unser geschäftliches Umfeld ändert, links und rechts. Das führt dazu, dass wir die Notwendigkeit haben, uns für diese neuen Felder auch anzupassen und gegebenenfalls mit neuen Methoden und Strukturen zu arbeiten, die aber immer als Ergänzung zum Kern des Unternehmens zu sehen sind. Wir wollen etwas andocken und neu machen. Wir wollen nicht Altes vom Tisch wischen und alles auf neu umstellen. Dafür ist das Bestandsgeschäft einfach zu erfolgreich und hat sich über mehr als acht Jahrzehnte bewährt. Neben den Inner-Company-Startup-Strukturen haben wir als Mann und Hummel auch noch einen zweiten Weg beschritten. Wir haben unser eigenes Startup-Programm gegründet, das nannte sich InCube. Wir haben Leuten intern die Möglichkeit gegeben, sich auf dieses Programm zu bewerben und die Gewinner dieses Bewerbungsverfahrens wurden dann für sechs Monate in die Vereinigten Staaten, in Silicon Valley, geschickt und hatten die Möglichkeit, dort ihre Geschäftsidee als eigenständiges Unternehmen auszureifen. Wir sehen mittlerweile, dass wir über diesen Weg einfach mehrere kleinere Unternehmen gegründet haben, die sehr stark mit Mann und Hummel verwoben sind, aber ihre Eigenständigkeit haben. Einige Unternehmungen haben wir auch wieder eingestellt und andere sind dabei, sich zu etablieren. Diese neuen Startup-Systeme haben nicht unbedingt etwas mit dem Kernprodukt der Filtration von Mann und Hummel zu tun, sondern sehr stark legen wir unseren Fokus hier im Besonderen auf digitale Geschäftsmodelle und digitale Prozesse, die unseren Kunden über die reine Filtration hinaus einen Mehrwert bieten können. Kollaboration bedeutet für mich die Zusammenarbeit von mehreren Partnern, die auch artfremd sein können. Warum muss ich kollaborieren? Ich bin nicht mehr in der Lage, alles alleine darzustellen in dieser immer schneller werdenden und komplexeren Welt, sondern ich baue mir ein Team aus Partnern, ein Konsortium zusammen, wo ich sagen kann, eins und eins und eins ist nicht drei, sondern vier, wo wir die Kompetenzen aller Partner bündeln, um schnell mit neuen Ideen und Produkten am Markt zu sein. In den letzten Jahren gucken wir uns immer mehr diese Methodik der Zusammenarbeit über die eigenen Firmengrenzen hinaus an und da gibt es mehrere Aspekte, die für uns im Fokus stehen. Auf der einen Seite ist es so, dass wir uns sehr stark in Mittelstandsplattformen engagieren und etablieren mit wachsender Tendenz, unter anderem zum Beispiel der Maschinenraum von Wismann in Berlin, wo wir jetzt neu Mitglied sind. Auf der anderen Seite haben wir auch an Universitäten wie Heilbronn den europäischen Digital Hub platziert, wo wir immer die Nähe zu Start-ups suchen, aber zu universitären Landschaften, weil es einfach wichtig ist, dass wir miteinander lernen und miteinander interagieren. Kollaboration ist aus meiner Sicht unumgänglich und unbedingt wichtig. Warum? Heutzutage ist es so, dass der Markt von einer ungeheuren Dynamik geprägt ist. Als Unternehmen bin ich nicht mehr in der Lage, diese unglaublich starken, komplexen Systeme und Vorgänge und Prozesse alleine zu beherrschen. Ich brauche dafür sehr viel tiefgehende Expertise. Tiefgehende Expertise, wenn ich sie nicht bereits habe, bedeutet Investition von Zeit und Ressourcen. Das bedeutet, es macht mich langsam. Heutzutage ist es nicht so, dass der Große den Kleinen dominiert, sondern der Schnelle den Langsamen. Und Netzwerke führen dazu, dass ich für Anfragen, für spontane Erkenntnisse, für Anforderungen des Marktes zusammen mit Partnern in einer Kollaboration wesentlich schneller in der Lage bin, Lösungsmöglichkeiten bis hin zu neuen Produkten zu erarbeiten. Kollaboration bedeutet darüber hinaus auch Offenheit, ehrlicher Umgang miteinander, das Beste vom Besten in einen Topf zu werfen, um dann möglichst darüber hinaus was Größeres schnell an den Markt bringen zu können. Zum Workshop mit Fujitsu bin ich als erstes als Referent gekommen. Meine ersten Berührungspunkte gingen in die Richtung, dass Fujitsu einen Workshop veranstaltet hat, der in die Richtung gegen saubere Luft im urbanen Umfeld. Und da Fujitsu darauf aufmerksam geworden ist, dass ein Ergebnis des Inner Company Startups, das ich gegründet habe, das Thema Außenluftoptimierung und Reduzierung von Schadstoffen war, bin ich gebeten worden, meine Erfahrungswerte, meine Erfolge über einen Impuls- und Kurzvortrag in einen solchen Workshop einzubringen. Parallel bin ich aber auch gebeten worden, aktiv an dem Workshop teilzunehmen, um mit den verschiedenen Charakteren und Stakeholdern interagieren zu können. Diese erste Erfahrung mit dem Workshop hat mich wahrlich begeistert und heilt auch noch eine gewisse Zeit lang jetzt wirklich nach. Warum? Ich konnte auf der einen Seite Fujitsu kennenlernen, auf der anderen Seite hat es mir die Möglichkeit gegeben, eine unglaublich interaktive Arbeitsmethodik kennenzulernen. Und diese Arbeitsmethodik hatte den Vorteil, dass in dem Workshop, in dem unglaublich viele verschiedene Stakeholder zusammengeführt worden sind, dass über diese Arbeitsmethodik die Leute in einen Dialog, in einen Austausch gekommen sind und es wurden Barrieren trotz des Fremdseins massiv abgebaut und reduziert. Business-Netzwerke gewinnen an Bedeutung, weil sich unsere Landschaft um uns herum kontinuierlich ändert. Ich brauche ein großes Netzwerk, aus dem ich ganz viel Informationen und Impulse zurückgespielt bekomme, um zu sagen, ich kann meine Produktlandschaft, meine Services, meine Entwicklungen auf dieser Anforderung dieses Marktes aufbauen. Und da hilft mir nicht ein singulärer Input, sondern ich brauche vielfältige Informationen. Ecosysteme sind unumgänglich. Keiner schafft es heutzutage mehr, am Markt allein zu bestehen, wenn man gerade auch in neue Marktsegmente hineinschaut, die sich erschließen. Ecosysteme hat jeder bereits. Wir müssen mal so ein bisschen aufpassen, dass das nichts Neues ist, was grundsätzlich erfunden ist. Nur sind die Netzwerke in der Vergangenheit gegebenenfalls immer recht klein gewesen und langfristig etabliert. Heutzutage muss ich schauen, dass ich diese Netzwerke kontinuierlich erweitere und zum Wachsen bringe. Warum? Ich muss meine Produkte, meine Services, meine Offerings in den Markt kontinuierlich überdenken und anpassen, wenn ich weiterhin wachsen will. Und dafür brauche ich den Input von externen Stakeholdern, Partnern und Kollaborationspartnern. Und diesen Input, den bekomme ich zum einen über stetig sich ändernde und wachsende Netzwerke, aber auch über das Thema Coworking Spaces, Kollaboration und entsprechende Arbeitsmodelle. Die Bereiche, in denen so ein Ökosystem für uns sinnvoll ist, sind letztendlich Bereiche, wo wir technologische Interessen haben, aber selber noch nicht die Kompetenzen im Haus haben. Wir sind Weltmarktführer in Filtration. Wir lernen natürlich immer noch dazu, aber wir haben festgestellt, dass wir um die Filtration Services, ergänzende Themen andocken können, die unserem Kunden letztendlich auch einen Mehrwert bieten. Und in diesen Bereichen haben wir jetzt die Möglichkeit, über einen langwierigen Prozess Kompetenzen aufzubauen. Oder wir holen uns Partner, die diese Kompetenzen bereits haben, an Bord und versuchen gemeinsam dieses Service Offering oder dieses neue Produkt für unseren Kunden zu erarbeiten. Ich weiß nicht zwingend, ob das was mit der Größe der Idee zu tun hat, ob es eine kleine oder eine große Idee ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir die Personen, die an der Idee arbeiten, abholen und mitnehmen. Dass wir in der Lage sind, in den Personen einfach ein Feuer zu entfachen, eine gewisse Begeisterung, ein Connect. Denn wenn alle Menschen, die an so einem Projekt arbeiten, in der Lage sind, den Mehrwert und vor allen Dingen den Sinn und Zweck dahinter zu erkennen, dann bringen sie sich umso stärker ein, wenn es sich nicht nur darum geht, einfach einen Prozess nach Schema X abzuarbeiten. Identifikation und Engagement ist hier der Schlüssel. Erfolgskriterien sind aus meiner Sicht, wenn Menschen miteinander zusammenarbeiten, offen und Ehrlichkeit. Kommunikation nimmt hier eine besondere Position ein. Warum? Wir müssen in der beiderseitigen Zusammenarbeit die jeweiligen Positionen identifizieren und auch feststellen, bringen wir uns gegenseitig einen Mehrwert, sodass es für beide Partner zum Vorteil ist. Dieser kontinuierliche Informationsaustausch dient auch dazu, festzustellen, dass ich vielleicht am Anfang nur ein oder zwei Touchpoints miteinander habe, aber über den kontinuierlichen Dialog stellt man vielleicht fest, der Partner A hat noch was zu bieten, von dem der Partner B gar nicht weiß, dass es das A gibt oder dass er gegebenenfalls eine Notwendigkeit dafür hat. Das Zauberwort ist hier, glaube ich, gemeinsames Lernen. Und darüber hinaus ergibt sich dann die Chance, gemeinsam über den Dialog, über das Zusammenwachsen miteinander zu wachsen und größer zu werden. Welches Lebensmotto beflügelt mich für mehr Nachhaltigkeit? Zum einen ist mein oberstes Prinzip im Grunde genommen authentisch zu sein. Das bedeutet, ich möchte inhaltlich das wiedergeben, zu dem ich stehe und parallel dazu möchte ich auch als Role Model dienen. Das bedeutet, andere Leute sollen sich an meinem Handeln orientieren können. Das bedeutet, ich habe natürlich so ein bisschen den Druck, dass ich als Leitbild fungiere. Das ist aber auch der Anspruch an mich selber. Beste Beispiele. Ich bin heute zu diesem Termin, obwohl es 40 Kilometer waren, mit dem ÖPNV gekommen. Bus und Bahn. Alles bewerkstelligbar und unheimlich vorteilhaft. Ich konnte zwischendurch nochmal die Briefing-Unterlagen lesen. Ich konnte aber auch meine Mails nochmal beantworten und ein bisschen telefonieren. Ich fahre an 220 Tagen im Jahr Fahrrad, weil ich nur sechs Kilometer zur Firma habe. Egal ob Schnee, Eis, Regen, Wind, egal. Dagegen kann man sich anziehen und das Fahrrad taugt zu jeder Tageszeit. Ich habe ein 13 Jahre altes Auto auf der Einfahrt stehen. Warum? Es funktioniert. Nachhaltigkeit bedeutet auch nicht immer, jedem Erneuerungszyklus hinterher zu laufen, sondern auch einfach mal eine Investition wirklich langfristig wirken zu lassen. Wir wohnen im urbanen Umfeld. Wir haben sieben Fahrräder, ein Auto. Das dominante Fortbewegungsmittel bei uns ist wirklich Fahrradfahren. Bei der Haussanierung habe ich drauf geachtet, eine Pelletheizung, wärmeisolierendes Glas zu nehmen und, und, und. Ich habe mittlerweile über die letzten Jahre eine Leidenschaft entwickelt, zu Gärtnern und auf der anderen Seite jetzt auch während der Corona-Zeit Pflanzen mir ins Haus zu holen. Es war komplett kahl. Wir haben dann 25 Pflanzen gekauft. Mittlerweile sind es 50, weil ich so viele Ableger gezogen habe. Wenn ich aber auch meinen Kühlschrank aufmache, das Thema Ernährung mir angucke. Ich bin kein Veganer oder Vegetarier, aber mein Motto ist, ich möchte bewusst fleischreduziert, fleischarm leben. Das bedeutet nicht morgens die Wurst auf der Stulle, mittags das fleischige Kantinenessen und abends nochmal die Salami aufs Brot, sondern morgens ein Chiamüsli, mittags das vegetarische Gericht in der Kantine und abends dann einfach nochmal ein selbstgebackenes Saatenbrot mit einem vegetarischen Aufstrich. Und ja, es darf auch gerne mal das Stück super qualitativ hochwertiges Fleisch sein am Wochenende. Aber ich konsumiere halt nur ein-, zweimal in der Woche Fleisch und das ist für mich völlig ausreichend.